Ja, hallo ihr Lieben, ich habe gestern Abend beschlossen, ganz spontan einen Sommer-Retreat für erwachende Leute anzubieten. Vielleicht kennt ihr das, manchmal kommen Projekte ganz langfristig und kündigen sich lang voran und manchmal ist es wie so ein kleiner Schwupps und uch, was ist denn da? Und so ging es mir gestern Abend. Ich habe auf einmal gemerkt, hey, in diesem Sommer muss ich einfach nochmal was anbieten für erwachende Leute, die jetzt so in ihrer Entwicklung sind, einfach weil im Moment so viel los ist und weil ich das Gefühl habe, wir sollten gemeinsam durch eine tiefe neue Ausrichtung gehen, damit wir mit etwas mehr Schwung und etwas mehr Leichtigkeit in die zweite Jahreshälfte gehen können. Und dieses Sommer-Retreat, was ich anbiete, wird stattfinden am 24. und 25. August, das ist Samstag und Sonntag und es wird ein Online-Retreat sein, das heißt, du kannst von überall her mitmachen, mit dabei sein, egal wo du gerade bist, ob du im Urlaub bist, sowieso unterwegs oder zu Hause bei dir, du kannst von überall aus mitmachen und wie immer bei all den Sachen, die ich anbiete, ist es natürlich schön, wenn du live mit dabei bist, aber du kannst dich auch anmelden und die Aufzeichnungen und die ganzen Inhalte dann nachträglich anhören. Wenn du jetzt just an dem Wochenende nicht da bist oder unterwegs bist, dann kannst du dich trotzdem anmelden und einfach die Sachen nachträglich dann anhören. Mein Gefühl war einfach, wow, dieser Sommer, der hat uns jetzt so richtig durchgebrannt. Ich hatte das Gefühl, diese Sonne, die Hitze, diese starke Kraft, die da auf uns eingewirkt hat, das war so intensiv und bei manchen Leuten sind echt die Batterien leer, als wäre man total fertig, kein Schwung mehr, kein Antrieb mehr und mein Gefühl ist, dass wir einen gemeinsamen Raum bilden, dass wir zusammenkommen und ich möchte euch gerne einladen, dass wir gemeinsam in die Tiefe sinken und der Erde und unserer Seele und der Liebe, die uns trägt, erlauben, uns neu auszurichten und wirklich wieder zu merken, ah, hier ist mein Platz und hier ist mein Energiefeld und hier ist meine Kraft und hier ist der Schwung, als ob wir uns wieder neu finden müssen auf einer neuen Ebene. Manchmal, wenn sich so viel so schnell bewegt und so viel Druck auch da ist, auch von der allgemeinen Entwicklung, es wird alles schneller, es wird alles intensiver, unsere innere Entwicklung macht echt Purzelbäume und Bocksprünge im Moment, dann ist es manchmal wichtig, dass man sich einen Moment Auszeit gönnt und tatsächlich erstmal verdaut, was war und sich in der Tiefe neu sortiert, damit man dann beschwingt auch weitergehen kann. Und mein Sommerretreat wird so ablaufen, dass es einen kleinen Online-Raum geben wird, also auch, wo die Teilnehmer untereinander sich austauschen können, ihr könnt auch Fragen stellen und ich werde am Samstag und Sonntag einfach durch einen Live-Webcast zu verschiedenen Zeiten euch einfach durch den Tag begleiten. Es gibt natürlich, wie immer bei mir, eine lange Mittagspause und wir fangen auch nicht ganz so früh als morgens an, aber einfach so, dass es wie so ein Tagesseminar ist und du kannst dich dann einfach immer wieder einschalten und dann auch deine Pausen machen und dich entspannen. Und wir haben das schon ein paar Mal gemacht, es ist schon eine Weile her inzwischen und die Teilnehmer haben immer gesagt, das war das bequemste Seminar, bei dem ich je war, weil es sehr intensiv ist und sehr viel Heilung möglich ist und trotzdem ist man zu Hause, muss nicht irgendwo hinfahren, muss nicht im Stau stehen, muss nicht schwitzen und irgendwo warten, sondern es ist einfach, ja, es ist einfach sehr angenehm und mir ist im Moment auch nicht so, danach irgendwo rumzufahren. Deshalb ein Online-Sommer-Retreat und wenn du jemand bist, du merkst, du bist so in deiner inneren Entwicklung, du hättest gerne ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Rückenwind, würdest dich vielleicht auch freuen, dich mit anderen auszutauschen, nicht so alleine auf deinem Weg zu sein, dann wäre das vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit für dich. Im Moment plane ich, dass die Anmeldung sobald wie möglich beginnt. Ich bin hinter den Kulissen gerade dabei, alles vorzubereiten und sobald die Anmeldung da ist, schicke ich ein Newsletter raus, also wenn du mitmachen möchtest, wenn du Interesse hast, melde dich auf jeden Fall für meinen Newsletter an auf meiner Webseite leaharmann.de und dann freue ich mich und ja, freue mich auf das Sommer-Retreat mit euch. Alles Liebe und bis dann!